Erik Hams, der größte wertvolle Spieler beim Oyster-Game. Wie war dein Tag heute? Ganz ehrlich, genial. Es ist ein richtig schöner Tag hier in Solingen und dann mit dem Homerun natürlich den Tag einfach nur noch schöner gemacht. Du warst auch mit der Nationalmannschaft jetzt in Tschechien unterwegs, bist nicht mehr mit in Harlem dabei, wenn ich richtig informiert bin. Leider andere Verpflichtungen. Trotzdem, wie war es jetzt für dich auch mal wieder bei der Nationalmannschaft zu sein? Ja, für mich war es eine große Ehre, dass ich bei der Nationalmannschaft wieder mit dabei sein durfte. Ich war seit 2011 bei der Junioren-Nationalmannschaft, seitdem war ich nicht mehr drin und war eine coole Woche. Wir haben dreimal gegen Tschechien verloren, aber es war eine echt gute Erfahrung und ich freue mich aufs nächste Mal. Der Tag heute hat auf jeden Fall die Erfahrung noch mal ein gutes Stück besser gemacht, glaube ich. Dann wünsche ich dir alles Gute für die Pause, die jetzt ansteht, was die Spiele angeht und dann geht es in der Zwischenrunde wieder heiß her. Danke dir, Erik. Dankeschön.